Feta-Käse-Salat mit Weintrauben. Ja, ich habe mit meiner Assistenz Kirstin am Freitag Feta-Käse-Salat mit Weintrauben gemacht. Wir haben dann für etwa vier Mikrowellen-Teleportionen eine Packung Feta-Käse genommen, eine Packung Kernlose Weintrauben, ein Bund Gemüse-Zwiebeln mit viel Grün und Öl genommen. Ja, wer gerne einen großen Salat machen möchte, der kann eine Packung Feta-Käse nehmen, sehr klein schneiden, ein Kilo Kernlose Weintrauben, rote passen optisch besser oder auch mit grünen mischen, ein Bund Gemüse-Zwiebeln mit viel Grün, ein Esslöffel Rapsöl oder Olivenöl, alles in einer Schüssel vermengen und durchziehen lassen. Aber da könnt ihr eine ganze Gruppe mit verkosten. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in eins meiner nächsten Videos.